Aller guten Dinge sind drei, oder so ähnlich, dachte sich der größte deutsche Let's Player in Deutschland, Eric Range, alias Gronk, und kompletierte sein Trio mit Joachim Hesse, der neben Michael Dorra und Peter Langhofer das Gespann der dreisten drei nun kompletiert. Der PR-Manager Peter Langhofer, der von Bethesda zu Gronk wechselte, der Producer Michael Dorra, oder Michael Dorra, der vorher für den größten Kanal auf der Welt für PewDiePie arbeitete, und für Gronk nach Köln zog und nun Joachim Hesse, der von der Seite spieletipps.de als Chefredakteur sich nun Range anschließt. Diese Mannschaft dürfte nun eine ziemlich spannende und interessante Konstellation ergeben. Joachim Hesse, oder liebevoll Onkel Jo genannt, ist in der Gaming-Szene wohl bekannt und weiß mit seinem Unboxing-Format Ufruppe und einem gelegentlichen Podcast die Massen zu begeistern. Neben der Unterstützung zum Thema Let's Plays und Livestreams soll Hesse auch neue Projekte mit aufbauen. Inwiefern die Tätigkeit als Chefredakteur Einfluss auf die Playmassive GmbH haben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wenn ihr mehr über das fantastische Trio herausfinden möchtet, könnt ihr unten in der Beschreibung auf die Links der einzelnen Personen klicken und euch noch weiter informieren. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.